So, Aufnahme, gib ihm. Kann ich den jetzt einfach hier durchlaufen? Sterbe ich doch. Also ich will ja nicht sagen, ich habe euch es gesagt, aber ich wette, ich verrecke hier. Okay, ich verrecke hier nicht. Warum nicht? Warum ist hier irgendwas rot? Kann ich den nicht jetzt kaputt machen? Ich habe ihn fast kaputt gekriegt. Also, er ist fast kaputt. Er brennt auf jeden Fall. Und wenn sie brennen, tun sie langsam Schaden kriegen. Ja, die Türme waren hin. Habe ich schon live erfahren. Aber wenn sie erst mal brennen, dann gehen sie ja sowieso kaputt. Das ist ja schon mal ein guter Anfang. Ich weiß aber nicht, was er bauen will. Ah, ich muss wahrscheinlich zum Baum einfach mit ihm. Schön dran vorbeigehen. Düdülü. Die kriegen keinen Schaden beim Brennen. Was war der Scheiß denn? So, dann werde ich jetzt einfach hingehen und nochmal ein paar auf die Fresse hauen, weil so viel hält der Nähe aus. Ganz einfache Sache. Haufen, gibt es direkt einen Terrorboost. Wenn ich nochmal sterbe, laufe ich durch. Oh, das Ding kaputt. So, scheiß Turm. Sehr schön. So, ich muss wahrscheinlich zum Baum mit ihm reden. Ich habe deinen Turm weggemacht. Du musst ihn bewachen, muss ich jetzt hier hingehen? Greifst du mich an? Witz hat Gruner, er muss das Herz des Waldes sein. Nein, das nehme ich sicherlich nicht. Warum sollte ich das Herz des Waldes nehmen? Das ist ein netter Baum. Wäre ja bescheuert, wenn ich es tun würde. Because of... Nö. Oder mache ich es? Ich hatte ja schon mal so eine blöde Entscheidung mit den... Mit den... Mit den... Mit den... Mit den Riesen... Riesen? Mit den Riesen, genau. Und was war? Kacke war. Das kann ich nicht abschließen. Ne, 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 ne. Oh, hier, das kleine Dorf. Das kriege ich zerrupft. Hihihihi. Wie kommst du da hin, Junge? Ach, du gehst hier rüber, ne? So ein Zweierdorf Katzen kriege ich auf jeden Fall gerupft. Das ist kein Problem. Aber jetzt eine neue Waffe. Die auch kurz vorm Level ab. Vor allem, weil ich eigentlich die Magie hochdrücken müsste. Also eigentlich müsste ich hier... Wart mal. Weisheit 39. Da brauche ich nur einen Punkt draufsetzen. Da habe ich Level 4. Heißt das, dass Level 4, dass ich dann auch tatsächlich Level 4 brauche? So mit dem ganzen Heilzeug? Ist das? Hier, komm, mach mal den Gitarra-Krieger weg. Oh, Mondsilber, das heißt, hier gibt es Zwerge. Ich bin ein bisschen zu viel. Okay, die neue Klinge geht gut. Ist auch sehr schnell. Gefällt mir. So, mach mal die Häuser kaputt. Okay, ne? Bin lebendes... I came in like a wrecking ball. Song kann ich nicht weiter. Aber, ihr wisst, was ich meine. Was hab ich hier oben? Nochmal Gitarra-Scheiße. Oh, das sind gar nicht so viele. Vielleicht kann ich sie ein bisschen russkillen. Hier gibt es anscheinend Aya, was auch ganz nice ist. Eine Kiste hab ich hier auch noch gleich. Oder vielleicht kommen die Monumente auch erst später. Wer weiß. So, hier. Ha! Ork-Arbeiter, 15. Guck mal. Was haben wir an jetzigen Orks? 12. Schwache Orks. Neue Orks. Sehr schön. So viele sind es nicht. Ich meine, vielleicht kriege ich das ja hin. Und was soll schon schief gehen? Warte, ich... Vor allem, gibt es den Zauber? Und das will ich jetzt mal wirklich wissen. Aura der Heilung. Das ist den Zauber, den ich eigentlich die ganze Zeit mit meinem Held irgendwie durchscannen will. Und was ist? Hab bisher gar nichts bekommen. So, und jetzt... Oh, die Gitarra krieg er mal richtig um. Oh, guck mal. 118er Hitz, ey. Ich Gottverdammtes Tier! So. Tara Krieger. Frissen Klinge. Mir würde sogar Zauber der Heilung Level 4 oder 5 frei. Aura der Heilung. Aber die kriege ich nicht. Ich habe stattdessen jetzt aus Frust das hier gelernt. Aber die sind alle 9 und 10. Zone der Heilung. Was ja schon mal ein Anfang ist. Aber Aura der Heilung not given. Meine Priester haben alle Aura der Heilung. Kriege ich nicht. Kann ich mich noch so sehr auf den Kopf stellen? Kriege ich nicht. Voll Kacke. Mal jetzt erstmal randalieren wir erstmal ein paar Katzen aus ihren Häusern raus. So. Sehr schön. Und hier oben scheint. Ist immer ein Seelenfeld. Vielleicht ist der ja sogar was. Und geil. Trollarbeiter 15. Was geht denn hier? Upgrade. 13. Anfänger. 15. Mauer. Mauer. Das hier sind definitiv ein paar Katzen mehr. Aber. Man hier ist ein Seelenfeld. Irgendwas wird doch hier sein. Da ist mein Monument. Dunkelelfen. Dunkel. Naja. Immerhin. Sind hier auch ein paar Katzen zu viele. Muss man ja auch mal fairerweise sagen. Okay. Jetzt gehen wir mal davon aus. Ich habe zwar keinen Bock auf Dunkelelfen. Aber. Stein. Okay. Ein bisschen Eier habe ich auch. Irgendwie lästige Katzen oder so einen Scheiß. Eisen habe ich hier oben. Okay. Pass auf. Wir nehmen das Monument erstmal ein. Wir holen uns einen Keks. Und hauen erstmal ein paar Arbeiter raus. Die müssen sowieso erstmal die ganze Zeit Stein kloppen. Bevor ihr überhaupt was machen könnt. Dann schaue ich mal was hier noch so zusammenkommt. Wie viel brauchen wir denn? Was verlangt ihr? Ha. Mein Verlangen. Steinmetz. Oh. 130 Steine. Erstmal brauche ich 50. Ich weiß, dass du unwürdig bist. Trotzdem muss ich dich rufen, weil ich keine andere Wahl habe. So. Was ist hier? Ist irgendwas Checkes auf dem See? Irgendein Loot, den ich vielleicht übersehen hätte können. Werden tun. Nein. Okay. Dann. Hier komme ich nicht runter. Gehen wir mal hier oben lang. Irgendwas wird doch hier sein. Ich traue einfach niemandem. Und das mit Recht. Wenn ich jetzt hier ein Steinmetz hinsetze. Wohl. Nö. Ich mache erst ein Ding hin. 130. Ach verdammt. Was mache ich denn? Ich mache erst einen für 130 hin. Dass der Steinertrag direkt verdoppelt wird. Ganz ehrlich. Auf 60 Steinen sollte es dann auch nicht mehr ankommen. Hm. Okay. Das Katzendorf könnte etwas schäbig werden. Voll dunkel. Ich finde die so. Okay. Die haben mal Verteidigungstürme. Die kann ich mir oben hinstellen. Und da. Ha ha ha. Stirb einfach an Chaos und Schmerz. Nicht schlecht ist die Idee. Okay. Pass auf. Jungs. Wie viele Steine habt ihr mir gerade? 50. Pass mal auf. Dann macht ihr mir doch mal hier ein Steinbruch hin. Ja. Einfach so. Da. Danke. Guck mal. Die bedanken sich sogar. Sind sie nicht. Okay. Katzen. Katzenkacke. Keine ändern. Also diese Katzen sind zumindestens kacke. Ja. Nichts gegen die Katzen, die ich kenne. Die sind doch irgendwie halbwegs ganz nett. Bevor ich hier. Nachher noch komische Anwandlung höre. Leider Katzenfeind oder sowas. Die Dunkelelfenarbeiter sind witzig? Das nennst du witzig? Das nennen das ehlenige Masochisten. Okay. Jeder hat seine andere Definition von witzig. Meckert. Jetzt macht mir mal. Wie viel brauchen wir eigentlich jetzt, um da was Ding hier zu bauen? Kleines Hausstein. Kleine Hausstein. Kleine Hausstein. 110 Stein. Ich will definitiv direkt einen Steinmetz nehmen haben. Verdoppelt den Ertrag. Gehe dem das nicht. Ich habe hier aber auch noch nicht so richtig was entdeckt. Also. So richtig happy bin ich noch nicht. Kriege ich die weg? Guck mal. Das sind doch nur 5. Also eigentlich. Sorry. Hier ist eine Kiste. Ich will doch mal rüber rubbeln. Zünde ich direkt. Engage ich direkt und dann habe ich Ruhe. Quatsch. Ihr müsst weiter kloppen. Die müssen hier erst mal das Ding bringen. Hier brauchen wir jetzt ein kleines Haupthaus. Oh. Ja. Dann drücken wir. Ich gehe da nochmal hoch. Weil. Because of Dummness. Züchter will ich nicht. Wo ist denn mein kleines Haupthaus? Ja. Kleines Haupthaus. Guck mal hier. Das passt doch wunderschön. So. Hier oben hin. Guck mal hier. Da. Hinterste Ecke. Baut mir mal schnell. Was passiert, wenn ich das Ding vom Baum nehme? Er will es beschützen. Wird der Akku auf mich? Vielleicht kriege ich irgendwelche Fähigkeiten. Aber will ich schon wieder jemanden bestehlen? Wo er das letzte Mal schon gesagt hat. Nein. Bitte nicht. Warte. Dann habe ich wieder so eine Drecksquesta einfach hängen. Ich habe auch keinen Bock drauf. Und hier mache ich dann nachher mit doppelten Ertrag. Habe ich natürlich richtig Bock drauf, ne? Ich verlange so vieles. Ja, ich weiß. Trotzdem dulde ich dich. Okay, der ist da. Steinmetz. Ich tue es. Bau es. Sofort. Ohne Umstände. Hauen. Schneller. Hier kannst du schon mal ein bisschen Eier abtanken, Junge. So viele Katzen waren das jetzt gar nicht, ne? War einfach nur dumm. War unvorbereitet. Einfach ein großer Fehler. Geht der hier jetzt echt spazieren? Ich habe ja keinen Bock auf spazierende Dinger, ne? Moment, der Dunkelheilfen. Ja, ja. Mach einfach noch mal ein paar. Ein bisschen schneller wäre geil. Dann kriege ich mehr Steinen raus. So, hier unten gab es doch Eisen. Irgendwo gab es Eisen. Könnt ihr Eisen überhaupt abbauen? Egal. Wir finden es raus. 4, 5, 6, ist echt nah. Komm. Komm, ziehen wir. Ich bin möglichst wenig Zeit mit den Dinger verschwenden. So, Heilung. Und dann hau ich noch mal um. Komm. Kann ja auch nicht wahr sein. Okay, drei bleiben. Warum machen wir übrig? Und das Schlimmste ist, ich fürchte, wenn ich jetzt hingehe, sind sie wieder voll. Nö, alles klar. Wir machen es noch mal. Okay. Sklaven sind am Arbeiten, wie ich es mag. Was habe ich denn hier noch im Angebot? Mine. Stein. Rohstoffgebäude. Eisen. Schmiede. Dann baue ich doch erst mal definitiv eine Schmiede hin. Und zwar hier hin. Mit vielen Arbeitern. Ich bin schon da. Aber. Der Turm braucht Aria. Die brauchen richtig viel Aria. Ich fürchte, wenn ich da bin, sind es 1, 2, 3, 4. Könnte es nachgespawnt sein. Dann werde ich jetzt einfach weiter erkunden. Auf die Hoffnung hin, dass mir da keiner mehr auf den Keks geht. Oder ich hier unten so kleine Dinger wieder abreißen kann. Habe ich auch Bock drauf, ne? Auch ein bisschen happig, aber okay. Schmiede, 4 Mann. Dann baut ihr mir damit Eisen hin. Komm mal mit. Vielleicht nehme ich die Nekromanten. Und wieder jetzt aber auch mal 4. Okay. Schmiede. Und jetzt gibt es eine Mine hier. Die Mine wird richtig sexy. Komm nicht hier oben hin. Die kleinste Ecke. So. 5 Mine. Habe ich das Eisen dabei. Ihr seid auch noch mal 5. Ihr was? Keine Ahnung. Was ist eigentlich zum Geier-Pilz-Farm? Gient der Nahrungsmittelproduktion. Pass mal auf. Wir bauen uns jetzt hier erstmal ein schickes Nahrungslager hin. Because of... Ich habe nicht mal eine Ahnung, was der andere Rotz macht. Wow. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind zu viele. Komm ich hier vorbeigeschlichen? Wahrscheinlich nicht. Auch wenn ich es gerne würde, aber... Definitiv zu viele. Okay. Was ist, wenn ich hier unten lang gehe? Oh, das ist schon alles wieder verdeckt, was ich vorhin einmal aufgedeckt habe, ne? Bisschen ärgerlich. Dann gehen wir mal hier unten hin. Noch fühle ich mich nicht wirklich bedroht, dass die rumgehen oder so. Und darum kann ich mich aktuell gefühlt auch einfach mal so ausbreiten, ohne dass mir nicht mehr auf Keks geht. Schattenschmiede. Okay, pass mal auf ein mittleres Haupthaus. Das können wir doch auch schon mal da hinsetzen. Setzen wir genau hier unten drunter. Okay. Hier. Hier gibt es das Nahrungslager. So, habe ich jetzt vier Stück übrig. So. Was braucht ein Züchter? Stein. So. Was ist eine Pilzfarbe? Ich bin echt gespannt, ne? Ohne Scheiß. Bin ich gespannt, was das jetzt rausreißt. Hier ist noch lustig. See und Wald. Das Eisen. Stranger Shit, der hier abgeht. Also die kleinen Dinger kriege ich anscheinend ganz gut alleine ausgehoben. Bei den größeren, wir sehen haben, sechs Mann sind A zu viel. Okay, der ist auch definitiv zu viel. Aber ich habe ihn zumindest schon mal erkundet. Das Katzendorf ist mir zu groß. Hier ist Eisen. Okay. Dann schauen wir uns noch mal hier. Hier. Geh mal da hin. Da kommt eine Katze zum Abfang. Ich weiß nicht, woher sie patrouilliert, aber irgendwoher wird sie kommen. Züchter. Ja, ja. Ich hoffe, dass du gehäust. Dafür bist du eingestellt worden, Junge. Was ist das hier für ein Gebäude? Naja, schwarze Schule. Nö, wir bauen hier. Wir bauen hier. Flock ich einen hin, ey. Da kannst du aber Gift draufnehmen. Ich weiß noch nicht, wofür es gut ist, aber hey, es wird gut sein. Hallo. Danke, next chapter. Danke, next chapter für den Follow. Ich kann gerade auf den Namen nicht. Ich weiß, wie ich ihn richtig aussprelle. Dankeschön. So, den haue ich jetzt ein paar auf die Muppe. Oh, hier ist ein Portal mit Turm. Einzelne sind die Dinger ein Witz. Das ist so tarnlos. Ne, wir nehmen hier auf der Seite auf hier. Holy fuck. Und ich hab vorhin noch laut rumgepönt. Ach ja, da kommt keiner. Kann ich mich hier breit machen. Ihr seht, was passiert. Soviel dazu. Schwarze Schule. Ich habe keine Ahnung, wofür die schwarze Schule? Ach, das ist das Spinnenhaus, ne? Das kann man mal hier vorne an die Tür ballern. Danke. Ach, schauen wir, wer schneller ist. Ich im Laufen? Oder das Ding im Schleichen? Differenz 500 Meter. Und ich sagte vorhin noch, ach ja, dann könnte man hier einfach so eine Reihe Türmchen hinmachen und hat die ganze Zeit seine Ruhe. Wisst ihr Bescheid. Ist ja total unauffällig, meine Nahrungsmittelproduktion hier. Todeswinter ablehnen. Reißt einen starken Feind hinter mir. Na ja. Ihr macht mal ein Pilzfarm. What the fuck? Da passen fünf Leute rein? Ich weiß, wer nachher Nahrung produziert. Jetzt greifst du an, oder was? Komm mit. Bitte verfolge mich. Bitte verfolge mich nicht. So, danke. Hier, du wolltest, äh, ich glaube, da bauen. Sehr schön. Dass ich die Leute auch erst opfern muss, ne? Soll nur einer verstehen. Die Pilzfarm ist aber auch echt witzig. Wie, wie Ameisen. Ich weiß zumindest, wo ich nachher die ganzen Arbeiter reinstecke. Da könnt ihr aber Gift drauf nehmen. Hier. Alle in die Pilzfarm. Tö. Da passt nur einer rein. Hier, Pilzfarm auf Pilzfarm. Wer nicht mehr. So, das ist mein Digger. Eigentlich wollte ich hier. Guck mal, da patrouilliert schon wieder einer. Ne, wir gehen jetzt mal hier unten lang. Da war irgendwo ein Dorf, was ich noch einzeln aufruppen konnte. Das weiß ich noch. So. Da kommen die ganzen Dinger und werden fertig. Schwarze Schule habe ich. Haupthaus habe ich. Nahrungslager habe ich. Züchter habe ich. Das habe ich. Schattenschmiede. Ach, Schattenschmiede hier. Hier, ihr seid so geil. Rein in die Pilzfarm. Tun die Pilze einfach hier außen rum? Ja, tatsächlich. Wie Nahrungsmitteldinger. Tun sie mal einfach rumstreuen. Ist ja witzig. Das will ich hoffen. Schließlich seid ihr auch die ganze Zeit am Arbeiten. Als gäbe es kein Morgen. Hier, geht doch mal in die Pilzfarm. Ich weiß, wer nachher Nahrung hat. Und das in rauen Mengen. Eisen. 300. Gipi. Hier, guck mal. Da läuft tatsächlich einer einfach so rum. Ich muss tatsächlich echt bei der Base bleiben. Hat keinen Zweck mehr. Jetzt fangen sie an zu patrouillieren. Okay. Wo habe ich eine schöne schmale Gasse? Die habe ich hier. Bringt alles nichts. Muss einmal hoch. Wo sind meine Arbeiter gleich alle? Nicht da, wo sie sein sollten wahrscheinlich. Okay. Die nächsten drei Arbeiter fangen an, Turm mitzubauen. Ich trug eine Giftspinne. Oh mein, oh mit. Ich will ja nicht meckern, ne? Aber wow, Jungs. Jetzt habe ich wegen dir Eisen verloren. Was ist, reparieren die das, die Mine von alleine? Sind sie so klug? Wow. Bin fast begeistert. Jetzt kommen die ganzen Pisser natürlich hier hin, ne? Habe ich da Bock drauf? Schneller wie das Video? Ha, 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 auch nicht schlecht. Ja, delays, delay. Was willst du machen, ne? Oh Gott, die ganzen Katzenstämme. Habe ich da Bock drauf? Und das mit Dunke-Elfen, ne? Oh Gott. Okay. Nachdem sie fertig sind, sind sie wieder in die Mine gegangen. Hammer. Dann hoffe ich, dass ich genug Eier habe. Eier. Mondsilber-Mine. Wofür brauche ich eigentlich Mondsilber? Ich will jetzt nicht meckern, aber what the fuck, wofür? Wir sind alles Bäume. Ich habe keinen Bock auf Bäume. Okay. Wir fangen hier zumindest erstmal an, mit den dreien, dass die da anfangen zu bauen. Hier habe ich lustig Schmerzding. Und dann habe ich hier noch eine Mondsilber. Wo war denn vorhin Mondsilber? Irgendwo gab es Mondsilber. Oh Gott, hier ist... Müsste ich eigentlich beschützen, ne? Irgendwo war hier auch Mondsilber da. Hier ist so ein schöner, schmaler Gang. Den hier muss ich eigentlich beschützen. Aber... Natürlich. Wie sollte es anders sein? Muss ich mir jetzt erst hier das Tigerlily einfangen? Ihr drei seid schon am Rödeln. Stein kommt. Stein jetzt. Aber ihr habt doch noch kein großes Haupthaus, oder? Ne, habe ich noch nicht, oder? Mondsilber-Werkstatt. Okay, warte mal. Die Mondsilber-Werkstatt kann ich aber so bauen. Das war jetzt ja nicht so schwer. Die Mondsilber-Werkstatt kriege ich hin. Dann bauen sie die jetzt gerade erst fertig. Hier kann ich die ersten Dinger schon upgraden. Mir fehlt halt nur technisch... Ähm... Jetzt kriege ich noch 40 Arbeiter. War das das Maximum? Ich habe es natürlich mit der Nahrung auch ein bisschen übertrieben. Ich werde danach ein paar Pilzfarben einstampfen. So wie diese hier. Die einfach maßlos übertrieben ist. Das gewusst hätte ich nur die Dinger hingeballert. Aber ich war neugierig, was Pilzfarben machen. Kannte die noch nicht. Ich habe es gewusst, dass das wie die Dinger sind. Wie die Weizenfarben. Ach Gott, hätte ich mir Stress gespart. So, bleib du da stehen. Wie kann ich dienen? Ihr habt den Turm fertig. Ich das hasse, wenn sie sich selber am Weg stehen, ne? Okay, pass mal auf. Dann baust du dir den Turm dahinter. So. Schatten hier. Was brauche ich hier? 400 Monsilber. Bereistigkeit. Todesritter. Aura des Lebensraum. Sieht für ein Leben, fühlt sich selbst hinzu. Geil. Kriegsherr. Okay. Da kommen jetzt die dickeren Einheiten bei den Nachtelfen. Immerhin. Ah ja. Könnte besser sein. Aber hey. Das ist schon meckern auf hohem Niveau. Was stehen einfach ein? Drei. Und pack die da oben hin? Äh. Das Gebäude ist nicht gemeint. Dann wird das gemeint sein. Okay. Natürlich bist du unwürdig. Dessen bin ich mir durchaus bewusst. Aber. Kann es leider auch nicht ändern. Jetzt wird die Frage. Was fange ich zuerst ab sein? Ich fürchte. Werde den zuerst ab. Ja. Werde ich zuerst abfangen. Und die Pilze fahren. Gehen ja steil. Okay. Nee. Das wird schon. Wir fangen die ab. Mal schauen, wo sie zuerst reinlaufen. Alter, guck da nach oben. Nein. Verfolgt mich nicht. Bitte nicht. Ich heile, Meister. Heile und werde ganz doll flüchten. Hilfe. Ja. Und zurück zur Felswaffe. So. Wir werden angegriffen. Wie sieht es hier aus? Okay. Ich habe gedacht, das wird. Ich bin schon da. Meister, helf mir. Ich habe auch. Ich heile, Meister. Ich habe gedacht, ich kriege die schnell genug fertig. Arschkarte. Gerade dieser Betäubungsding. Alter, die machen aber auch ein Damage. Der hier jetzt weg. Nee, der kommt noch. Dann fällt gerade echt dieser Turm so super wichtig ist, ne? Wow. Okay. Ja. Das sehe ich schon. Spaß sieht anders aus. So. Werde wohl etwas schneller Türmchen bauen müssen. Ich glaube nicht, dass ich das so einfach wegkriege. Wie reißen das echt ein, ne? Und die Dinger sind scheißen teuer, ne? 100 A, ja. Und die kommen jetzt echte Wellen. Und die hier unten abfangen. Läuft. Habe ja sonst nichts zu tun. So, alles was nicht bei drei auf dem Baum ist, meine Freunde. Hier hin. Hier ist sogar einer gestorben. Obwohl, das waren schon immer vier. Hat nichts gesagt. Hier. Alter, da kann man nicht. Nahrung auf Dume. So. Fangen die mal ab. Und wir bauen jetzt hier nochmal Türmchen hin. Das ist ja... ...ist nicht möglich. Habt Geduld, Meister. So. Und ihr drei? Direkt den nächsten Turm hier oben. Alter. Da kommen die schon wieder. Meister. Ich gehorche. Ich habe gar keine Zeit, so schnell zu verteidigen, wie die Bastarde ankommen, ne? Alles was wir wünschen. Ihr wollt mich einfach stumpf verarschen. Assassine. Ich muss mir echt jetzt einen Trupp aus Eisen-Assassinen bauen. Das ist euer kompletter Ernst. Und es werden ja nicht weniger. Ist ja nicht so, dass ich Langeweile habe oder so. Meister, helf mir. Alter. Ich rupf dir gleich so den Arsch aus. Dann kannst du so Gift drauf nehmen. Sie töten dich, Meister. Hier bin ich, Meister. Sie töten dich, Meister. Ja. Ich bin schon... No shit, Sherlock. Habe ich schon mitbekommen, dass sie dich töten. Meister. So, komm mit. Hier, abfangen. Oh, ich lauf gleich Amok. Ich lauf gleich Amok. Wir sind der Schlaf. Wir werden angegriffen vorwärts. Alles was nicht arbeitet, kommt jetzt zu mir. Alles was nicht arbeitet, kommt jetzt zu mir. Meister, los ist nein. Was verlangt ihr? Verstanden, Meister. Meister, Meister. Ja, Meister. So, ihr seid den nächsten Bereich. Meister, ich gehorche. Meister. So, du fängst da unten jetzt den Bastard ab. Vielleicht, wenn der kommt. Ne, tust du nicht. Ich habe hier meinen Assassin-Kling-Trupp. Überflüssigerweise. Das hoffe ich, dass das für die Ehre ist. Weil für was anderes kann ich dich gerade sonst nämlich nicht gebrauchen. Alter, mit drei Mann. Wenn ihr mit drei Mann bauen würdet, würde das schneller gehen. Dass ich aber auch hart mit euch immer ins Gericht gehen muss. Was, wie viel kriegt er noch aus? Okay. Ich habe gesagt, wir bauen das jetzt schnell. Bin schon da. Ich bin unwürdig. Ich bin unwürdig. Ich bin unwürdig, Chefmeister. Okay, der wird jetzt abgefangen. Meister, das Gebäude ist fertig. Was verlangt ihr? Verlangt ihr recht viel. Aber tu es dann auch. Hier bin ich, Meister. Wenn ihr leben wollt, tut, was ich euch sage. Habt Geduld, Meister. Wie kann ich dienen? Habt Geduld, Meister. Verstanden, Meister. Ich habe keine Zeit, noch ansatzweise, das zu verschwenden. Vorsicht, Gegner. Mal eine Flanke kriege ich ohne Probleme gehalten. Das ist egal. Salud, Kraka. Alles fit. Ich baue mir da jetzt so eine Wand hin. Das könnt ihr mir egal. Da kommt gleich keiner mehr vorbei. In der Ost-Nikolaus. Schicht im Schacht. Gönn mich mal. Wichtig ist genug von diesen scheiß Geisterbrecher-Türmen. Weil die gehen mir echt auf die Nüsse. Also die müssen die Katzen halt fernhalten. Klingt doof. Aber ist so, ihr wisst, wie es gemeint ist. So hier. Hier habe ich die Assassinen mit dabei. Hauptsache ich habe erstmal jetzt genug, was tötet. Und unten kann ich jetzt erstmal ein bisschen was halten. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal wieder Standard-Einheiten baue. Hier, Assassins. Geh mal weg. Richtig klug. Einer gestorben. Ihr seid zwei. So. Und hier, meine Freunde. Also wenn das jetzt gleich nicht hält, ne. Dann weiß ich nicht was. Also wir brauchen halt die Augenwahl, damit sie Katzen aufhalten. Die kommen an, die müssen betäubt werden. Aber ich spreche jetzt französisch aus. Krakara Tower. Oder wie? Wie darf ich das verstehen? Krakara Tower. Ich baue mir jetzt hier eine Wand hin. Das ist mir egal. Wenn ich mein halbes Ei dafür instelle. Aber hier kommt keiner mehr durch. Bei der Macht von Graveskull. Da kannst du aber einen drauf lassen. Geht, die nächsten drei. Braucht drei. Gut. Wie du dienen kannst, das fragst du wirklich. Jetzt mal ernsthaft. Wir werden die ganze Zeit angegriffen. Die Stadt ist in Gefahr. Du fragst, wie du dienen kannst. Siehst du den Fehler? Den Tod der Gegner. Nicht geringer. Guck mal. Hier habe ich schon mal. Hier ist eine Pilzfarm. Da kannst du doch mal rein. Hier sind drei drin. Okay. Wir haben ein paar Pilzfarmpuzzis verloren. Wow. Okay. Könnte mal bitte jemand die Dinger da töten. Wäre super nice. So. Ich brauche noch mehr Augendinger. Nächste Augendingen kommt. Gehtnimm. Wieder eine Wand. Da soll keiner mehr durchkommen. So. Die nächsten Jungs stehen wieder hier. Das ist doch mal wieder ein epischer Bauwärtsicher gehört. Ein Auge. Wart mal. Hier ist ein Geistbrecher. Zwei, drei, vier Geistbrecher. Komm. Die halten vier Leute auf. Das ist schon echt viel. So. Wo wollt ihr jetzt gleich hin? Auf jeden Fall gleich so was von auf die Rübe. Komm mal. Ich habe auch Nahrung gleich ohne Ende. Weißt du, der Einzige? Schön. Ich weiß, dass der mir noch fehlt. Wir werden angegriffen. So. Haben wir jetzt ein paar überlebt? Ach ja. Wir müssen euch mal überlegen. Die haben mir jetzt nicht gerade wenig wehgetan. Was brauchen die? Nur Eisen. Oh. Na komm. Aber auch nur, weil die mir die ganze Zeit echt auf hart auf den Keks gehen. Das bist du sowieso. Egal wie sehr du meckerst und nicht. Aber ihr zwei baut mir jetzt permanent dahin. So hier. Drei. Pilzfarm. Drei. Pilzfarm. Falls überhaupt. Drei Pilzfarm. Und dann schauen wir mal, was übrig bleibt. Zwei Leute. Okay. Mir fehlt mich der Onyx-Turm oder wie auch immer das Ding heißt. Wo stelle ich den hin? Den stellen wir in deiner ganzen Nahrung. Stellen wir den dahin. Fünf. Ne. Vier. Der ist voll. Ich habe keine Geduld mehr. Die ist mit euch vorbeigegangen. Jungs. Hier zwei, zwei. Da dürfte gleich nichts mehr durchkommen. Das muss mehr als genug sein. Maximal kann ich da gleich ein paar Baumfäller hinstellen. Ja genau. Lauf vorbei. Kluge Wahl. So. Da habe ich einen Schacht. Der Steinbruch läuft. Hier sind fünf. Da sind fünf. Da sind fünf. Ich sage ja, Nahrung habe ich gleich zusammen. So witzig. Okay. Jetzt checken wir mal aus, was das hier bringt. Okay. Hätte ich jetzt weniger gedacht. Du tust bitte heil. Ich muss anscheinend noch eine Reihe davor setzen. Weil die gehen anscheinend immer direkt erst gleich auf die Augen. Mondsilber. Ich muss mir auf jeden Fall das Mondsilber gleich sicher. Ja, Augen ist ja mal der Shit. Der Turm wird gebaut. Eisen kommt rein. Vielleicht setze ich hier sicherheitshalber noch so eine kleine Reihe nach vorne. Nicht viel. So ein bisschen zärtlich und so. Haben wir das für das nächste Mal vorbereitet. Auf jeden Fall habe ich gleich schon relativ viel. Ohne nichts für mich aufhauen. Hier brauche ich einfach Mondsilber. Das Problem an Mondsilber ist, dass hier unten dann raten wir da noch mal so eine Verteidigungslinie bauen darf. Oh, ich habe das vergessen. Aber bitte. Achso, das sind ja derselbe Satz zuvor. Ich habe das gedacht, da kam noch mal ein neuer. So, ihr schwule Assassine, geht mal ein bisschen nach hinten. Aber man muss sich jetzt gleich um die Kätzchen kümmern. Alter, wie lange die für ein paar blöde Türme brauchen. Das ist einfach unfassbar. Könnte hier noch einen hinsetzen, aber ich... Setze doch einfach mal hier oben drauf einfach noch einen. Die machen halt nicht den Überdamage, aber es ist genug. So. Aber die machen auch Damage, die Drecksviecher. Er wacht da Toter. Ich weiß gar nicht, wo die immer herkommen. Bin die ja immer lustig. Steck mal nach vorne und dann stehen sie da. Ist bestimmt irgendwie eine Fähigkeit des Rings oder so von dem, was ich habe. Anders kann ich mir das nicht erklären. Da kommt Nahrung, ey. Also die sind irgendwie cooler als diese Weizenfelder von den Menschen. Die Pilzfarm. Kann jetzt auch einfach nur bekommen der Züchter sein. Aber... Hier, guck mal, da. Jetzt greift der kleine Skelettfuzzi mit an. Ist er nicht süß. Ein ehrloser Hinterhalt. Eure Unwahrung glitzert der Tod. Für die Ehre. Die Linie wird nicht brechen. Wir sind der Tod. Die Flacht ist nah. Ein feiger Angriff. Ich weiß nicht mal, die spawnen die? Oder was ist das für ein komisches Geräusch? Oder mache ich immer Skelette drauf? Oh, ich mache Skelette drauf. Okay. So, ich schau mal. Ich stelle die Jungs einfach mal hier in die Mitte und hoffe, dass die Katzen hier einfach jetzt ab sofort so geil sind, dass die unbedingt außen rum laufen wollen. Anscheinend nicht. Aber, sieht wohl so aus. Als müsste ich das hier doch ein bisschen verstärken hier unten. Da kommt mir einfach zu viel Damage durch. Okay, der Turm ist ein Aufbau. Der Turm steht. Sehr schön. So, jetzt fangen wir mal ein bisschen an, meine Freunde. Schattenklinge. Das kostet mich erstmal nur Aria. Wir müssen es tatsächlich mit erstmal mit einer geringeren Menge an Einheiten probieren. Damit ich die eine Wand da hinten fertigstellen kann. Klatsch. Fertig. Alles klar. Pilzwarm. Welche Pilzwarm reiße ich denn ein? Ach, scheiß drauf. Hier, weg. Die Pilzfarbe ist auch zugude. Ernsthaft? Ist die Zeit direkt um? Wow, wie hart. Hätte ich jetzt weniger gedacht? Warum machen wir den Züchter jeden? Kann ich nicht? Ist ja lustig. Weil die Pilze da noch sind, ne? Ja, wissen wir Bescheid. Beim nächsten Mal machen wir dann da weiter, liebe Leute. Wir sehen uns. Komm, wir speichern das noch erst. Freezing Forest. Bis zum nächsten Mal. Euer Sly. Ciao. Ciao. Ciao.